Kann ich das auch schmeißen? Okay, erstmal machen wir hier das Licht aus. Ups! Das war gar nicht gut. Scheiße! Das war echt gar nicht gut. Oh Gott, spürt doch endlich mal. Wie viel willst du denn noch messen? Wir haben verletzt! Oh Gott, das war echt gar nicht gut. Ja, wir haben Hilfe nochmal. Kann ich da durchschießen? Wird nicht cool, wenn ja. Hab ich den erwischt? Hab ich ihn erwischt? Ne. Natürlich nicht. Oh Gott, nein, das war nicht gut. Keine gute Idee. Oh Gott, das ist ja nicht nur gegen uns, da ist ja auch Ruhe. Dieser Mistkerl hat einen von uns getötet! Ich werde euch alle drücken. Diese Dricks! Von uns erledigt! Verdammt, verdammt, verdammt! Lauf! Bewegung! Zurecht! Den hab ich alle erwischt jetzt. Den hab ich alle erwischt jetzt. Den hab ich alle erwischt jetzt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Seid tot, bitte! Seid tot, bitte! Seid tot, bitte! Seid tot! Nein, 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 nein! Uah! Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Ach, scheiße, mich hat's erwischt. Okay, ich mach nochmal kurz den Schnitt. So, da bin ich wieder. Äh, an derselben Stelle wie eben. Ach, und jetzt kommt Börben auch mal mit. Das ist aber nett von dem. Ach, und jetzt kommt Börben auch mal mit. Wir haben verletztet! Wir haben ihren Verlustet! Verdammt, war das Börben ja? Okay, gut. Oh Gott, wie der einfach keinen Schuss verdrückt. Was für eine Scheißwaffe. Oh Gott, was für die da hinten ist. Na, 11. Achtung. So. Puh, jetzt mal durchatmen. Nicht so viele Musiker brauchen wie letztes Mal. Der Skel hat einen von uns erledigt! Oh Gott, tut mir leid, dass ich auch wirklich gerade jetzt im Moment nicht so viel rede. Aber ich würde das Level schon gerne schaffen. Schaffen. Aber wir müssen mich ein wenig konzentrieren. So, 25 Schuss machen wir halt so. Okay, der ist tot. Oh Gott, wo kann das denn? Ach, und da. Scheiße! Oh ne, es war nur Rauch. Gott, diese Grafik ist wirklich so... Oh nein! So, jetzt muss ich mit der Pistole arbeiten. Den hab ich nicht erwischt. Sag gute Nacht, Edis! Na, komm raus. Lieber noch ein Medikind nehmen, ich hab keine Lust zu sterben. Du bist erledigt, Mistkerl! Den hab ich auch erwischt. Und der ist tot. Aber da lebt, glaub ich, noch einer. Ne, wohl nicht. Sonst würde er nicht bis vor die Tür gehen. Egal, ich blindere erstmal. Hast du noch was für mich? Oh, wow! Wie gut, dass ich das nicht übersehen hab. Egal, alle Leichenplünder. Einfach alle Leichenplünder. Alles, was geht. Was hast du denn noch für mich? Sonst nichts? Bleide ich erstmal alles durch. Wow, was hat das denn schönes... Sprengstoff? Kugel. Auf jeden Fall sahst du aus. So, gab's hier noch irgendwo Leichen? Dumbumbumbum. Ja, da gab's noch eine. Hast du noch was Schönes für mich? Nein. Ähm. Hier vorne war da noch eine. Und sonst ein Wurfmesser, was ich auf ihn geschmissen hab. Dann noch die Waffe. Ja, und das war's erstmal. Mit einem leichten Flatter. Und ich muss höchstwahrscheinlich die Tür aufmachen. Aber ich lass eben kurz mein Akku wieder aufladen. Dumbumbumbum. 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 Okay. Oh Gott, das blendet ja richtig. Ich liebe DirectX-11. Ja, wie viel will der denn noch aushalten? Mein Gott. Dumbumbumbun. Dumbumbumbumbumbum. аг weiß, was der jetzt kriegt. Zack. So, ich hoffe, das hat doch gesessen. Ich hätte auch gern so eine coole Eishockey-Maske. Aber ja, man kann ja nicht alles haben, ich weiß. Hast du noch was für mich? Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Was ist das denn? Was sind das für komische Nadeln da? Ich hab schon... Warte, wie viele waren das? Zwei oder drei Stück von diesen komischen Dingern. Egal. Ja, geh du mal vor, das ist immer besser. Habe ich das mal geschafft? Ja. Die Brücke. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Ich hoffe, keine. Das war ein bisschen schwer. Ja, da, vamos. Alles gut.